Unsere Haut ist unser größtes Aufnahme- und Ausscheidungsorgan. Das heißt, alles was wir auf unsere Haut draufgeben, geht auch in unsere Haut hinein. Deshalb ist es wichtig, was wir auf unsere Haut auftragen. Denn auch von außen können und müssen wir unsere Haut buchstäblich ernähren. Viele Menschen leiden unter einer trockenen oder gar gereizten Haut. Und ganz besonders bei rauen Wetter- und Witterungseinflüssen ist ein Schützen und Pflegen unserer Haut ein wahres Muss. Die Forever Aloe Lotion Nr. 62 erfüllt genau diese Ansprüche. Sie ist eine Öl-in-Wasseremulsion und beinhaltet 64% des Forever Aloe Vera Gels, kombiniert mit Jojobaöl, Aprikosenkernöl, Vitamin E, Kollagen und Elastin. Sie können die Forever Aloe Lotion sowohl zur Hand, Gesichts- oder kompletten Körperpflege benutzen. Besonders in die noch leicht feuchte Haut eingecremt, zum Beispiel nach dem Baden, Duschen oder einem Saunabesuch, hinterlässt sie ein sehr gepflegtes und geschütztes Gefühl. Durch die rückfettenden Eigenschaften der Aloe Lotion fühlt sich selbst trockene, anspruchsvolle oder pflegebedürftige Haut geschmeidig und weich an. Und trotzdem hinterlässt sie keinen Fett- oder Schmierfilm und man kann sich sofort nach dem einen Creme anziehen. Durch den hohen Anteil an Forever Aloe Vera ist die Aloe Lotion auch wunderbar als Aftersun-Produkt zu empfehlen. Also ein Produkt, von dem die ganze Familie profitiert. Außerdem ist die Forever Aloe Lotion auch sehr vielseitig und sinnvoll mit weiteren Forever-Produkten kombinierbar. Zum Beispiel, was ich sehr gerne mag, gemischt mit dem Forever Alpha E Faktor mit der Nummer 187, kann die Forever Aloe Lotion wunderbar zur Massage benutzt werden. Und wird in dieser Kombination auch von vielen Kosmetikerinnen zur Gesichtsmassage benutzt und sehr geschätzt. Also, die Forever Aloe Lotion hat die Vorteile, dass sie einen hohen Anteil an Forever Aloe besitzt, sie zur Hand- und Gesichts- und Körperpflege benutzt werden kann, rückfettende Eigenschaften besitzt und trotzdem keinen Schmier- oder Fettfilm auf der Haut hinterlässt. Ein Produkt für die ganze Familie ist, die Forever Aloe Lotion ist bei mir stets griffbereit. Gerade auch zur Handpflege und ich garantiere Ihnen, sie werden begeistert sein. 53 Aus paragraphs 54 Ausere Ere 25 Aushai 55zy Vielen Dank.